Das Bittgebet vor dem Essen Wenn jemand von euch Nahrung zu sich nimmt, soll er sagen Bismillah im Namen Allahs. Vergisst er es jedoch am Anfang, so soll er sagen Bismillah hi fi awwalihi wa ahrihi im Namen Allahs an seinem Anfang und an seinem Ende. Wen Allah mit Essen speist, der soll sagen O Allah, gewähre uns darin Segen und speise uns mit Besserem als diesem. Und wen Allah mit Milch tränkt, der soll sagen O Allah, gewähre uns Segen darin und gib uns mehr davon.